Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Heute ist Freitag, der 3. April 2020. Ich habe heute den ganzen Tag gedacht, es wäre Donnerstag. Ja, jetzt geht es bei mir auch schon los. Ich werde heute nach mehr als zweieinhalb Wochen zum ersten Mal einkaufen gehen und bin schon sehr gespannt. Ich war die ganze Zeit hier mit meinen Mitbewohnern zusammen in Isolation, freiwillig, und war heute aber sehr aufgeregt, als zwei junge Baumpfleger zu uns kamen, um einen alten Ahorn zu stutzen, wobei sie auch entdeckten, dass ein Waschbär mit seinen Kindern sich dort drin angesiedelt hat. Aber ich habe gemerkt, wie belebend es war, zwei andere Menschen aus der Nähe zu sehen, zu beobachten und auch auf Entfernung mit ihnen zu sprechen. Dieses Hoch oben im Baum hat mich als Kind schon sehr fasziniert. Ich war damals offenbar noch etwas schwindelfreier als heute und bin gerne in einen alten Baum ganz, ganz hoch geklettert, um von dort die Welt zu sehen. Und wahrscheinlich hat meine Liebe zu Bäumen dort auch ihren Anfang genommen. Ich habe gestern ja über Virginia Woolf gesprochen. Und natürlich wird der Bestseller der nächsten Wochen, über den wir auch hier noch zusammen sprechen werden, der Schrei von denen, die jetzt alle zusammen in einer Wohnung sind, nach einem Zimmer für sich allein. Bis dahin habe ich das dann auch mit dem Umdrehen hingekriegt. Ja, ich habe gesagt, Virginia Woolf, ohne jetzt direkt Bezug zu nehmen auf Monet, hat doch gewisse Ähnlichkeiten in der Art, über ihren Roman zu sprechen. Und ich mache das mal an einer Stelle deutlich, die ich auch vorgelesen habe, wo sie nämlich sagt, die Blumen schwimmen wie Fische aus Licht auf dem dunkelgrünen Wasser. Blume nach Blume wird ein Sprenkel auf den Tiefen von Grün. Also das heißt, sie malt eigentlich mit Worten ein Bild, das wir sehen. Blume um Blume wird ein Sprenkel aus Grün. Genauso wie Monet gewissermaßen Striche, kleine, feine Striche setzt mit der Behauptung, dass es eben Seerosen sind. Ich finde das sehr interessant. Ich mache das hier nicht sehr ordentlich, sondern eher strukturell, also in freien Assoziationen. Das heißt, es ist kein verbürgter Zusammenhang zwischen Monet und Virginia Woolf, sondern ich sehe da Parallelen, ich sehe Dinge, die man darüber verstehen kann, dass man den einen mit dem anderen zusammendenkt. Ich habe nun aus dem hinteren Teil von den Wellen eine Passage mitgebracht und wollte noch kurz sagen, dass Virginia Woolf sehr stark sich mit dem Thema der Zeit auseinandersetzt. Und während am Anfang die Sätze der Kinder immer sehr kurz sind, also was Susan sagt, was Neville sagt etc., werden die Passagen, die die Einzelnen sprechen, mit ihren wachsenden Lebensringen, mit ihrer Erfahrung, mit ihren Eindrücken, mit allem, was sie im sozialen Feld beobachten, immer länger. Und es ist am Ende dann auch einer, der spricht, der alles zusammenfasst, was er von den anderen auch weiß. Und es entsteht auch so etwas wie ein gemeinsamer Erinnerungsraum. Das ist etwas, was mich damals gar nicht so bewusst erreicht hat, womit ich mich aber später immer öfter beschäftigt habe, als ich gemerkt habe, dass ich selbst in meinen Romanen auch etwas versuche einzuholen, dass ich die Leserinnen und Leser Dinge erleben lasse, an die sie sich dann beim Lesen später gemeinsam mit den Figuren erinnern können. In Virginia Woolfs Roman heißt es auch am Ende wieder eine Reflexion auf das Geschichtenerzählen oder die Form des Geschichtenerzählens. Zugleich, um nun zusammenzufassen, sagte Bernhard, um Ihnen nun den Sinn meines Lebens zu erklären, so können wir, die wir einander nicht kennen, ganz offen reden. Mich überkommt die Illusion, dass etwas für einen Augenblick Zusammenhang hat, Umfang, Gewicht, Volumen hat, voll rund wird. Das scheint für den Augenblick mein Leben zu sein. Ich finde das sehr wichtig, weil es gibt ja Menschen, die sagen, alles hat einen Zusammenhang. Aber sie vergessen dann manchmal, was ich so erlebe. Ich möchte Ihnen das nicht absprechen, aber dass man diesen Zusammenhang eigentlich permanent herstellen muss. Wir müssen ständig darüber nachdenken, was wie mit was zusammenhängt. Es ist nicht einfach da. Das ist für mich wie ein Kinderglaube aus einer anderen Zeit, dass es das gäbe und wir es nur aufdecken müssen. Nein, wir müssen uns anstrengen, diesen Sinn herzustellen. Und das ist eine genuine Aufgabe von Dichtern und Dichterinnen gewesen, über die Sprache diese Zusammenhänge herzustellen und vielleicht auch ein bisschen zum Leuchten zu bringen. Das scheint für den Augenblick mein Leben zu sein. Wenn es möglich wäre, würde ich es Ihnen als ein ganzes hinreichen. Ich würde es abpflücken, wie man eine Traube pflückt. Ich würde sagen, nehmen Sie, dies ist mein Leben. Sie kennen das vielleicht oder ihr kennt das vielleicht, wenn man eine Biografie schreiben soll und diese Biografie eigentlich immer neu erzählt, je nachdem, wofür man sie braucht, für welche Bewerbung, für welchen Job, für welchen Zusammenhang und in welcher Zeit. Aber was ich sehe, das sehen Sie leider nicht. Sie sehen mich, wie ich Ihnen an einem Tisch gegenüber sitze, ein ziemlich beleibter, eltlicher, an den Schläfen ergrauter Mann. Sie sehen mich die Serviette ergreifen und entfalten. Sie sehen, wie ich mir ein Glas Rotwein einschenke. Und Sie sehen hinter mir die Tür sich öffnen und Leute draußen vorbeigehen. Aber um Ihr Verständnis zu wecken, um Ihnen mein Leben darzustellen, muss ich Ihnen eine Geschichte erzählen. Und es gibt so viele, so unendlich viele. Er macht sich darüber lustig, dass man da eben diese Phrasen benutzt und versucht, einen anderen Weg zu finden, diese Dinge zu erzählen. Das heißt, Virginia Woolf reflektiert hier am Ende auf ihr eigenes poetisches Vorgehen, das sie am Anfang aufspannt. Sie will die Welt anders erzählen als in vorgefassten Phrasen und deshalb zerlegt sie alles in diese kleinen, feinen Wahrnehmungen, von denen ich gestern gesprochen habe. Ich finde, das ist eine sehr schöne Übung, die man selber auch oft machen kann. Denn nicht selten benutzen wir Klischees, wenn wir Dinge beschreiben. Und es nimmt unseren Geist in eine sehr produktive Haltung und Verfassung und macht uns auch Freude, wenn wir anfangen, einmal einen Baum genauer zu beschreiben. Ja, so viel für heute und bis bald. Tschüss!